Bounce Yo Leute, was geht? Mein Name ist Tübix und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf dem Invicto Mix Clan Channel. Ja, im Hintergrund seht ihr eine 90-Sekunden-Kämpfer-Milie spielt, in eigentlich einer ziemlich geilen Lobby. Anfangs hat es geleckt, ich weiß nicht, ob es an mir lag oder ob es halt, ob es eine lecker Lobby war. Aber auf jeden Fall, die Lobby von sich an war richtig krass und zwar, die sind richtig geil gespawnt und zwar, ich habe mir den Pedi gezockt und der hat eine Double-Camp gerissen und ich halt die 90-Sekunden-Kämp. Auf jeden Fall eine richtig geile Lobby, ja. Auf jeden Fall, in diesem Video wollte ich zwei oder drei Themen ansprechen und zwar zum ersten, wir haben die 100 Abonnenten geknackt. Ist auf jeden Fall richtig krass, dass ihr uns so unterstützt, auf jeden Fall Props an euch. Ja, und jetzt das zweite Thema ist halt, wir wollten dazu ein Abo-Special machen und zwar erst eine Montage, aber die wird halt nichts, weil da wollten wir eigentlich eine richtig geile Montage und die 100 Abos, die kamen halt schneller als gedacht. Und deshalb machen wir jetzt ein anderes Special, die Montage wird irgendwann anderes rauskommen. Auf jeden Fall, das andere Special, da möchte ich jetzt noch nicht weiter zu spoilern, das werdet ihr ungefähr so Ende der Woche sehen, weil da müssen alle Member mitmachen und die meisten sind noch im Urlaub. Auf jeden Fall, freut ihr euch auf jeden Fall drauf, wird auf jeden Fall richtig geil. Ja, und das letzte Thema ist, und zwar wir wollten jetzt auf dem Clan-Channel mal ein paar FAQs-Videos rausbringen, die ich halt machen werde. Und dazu brauche ich Fragen, und zwar die Fragen müssen erstmal zu dem Clan gerichtet sein, keine Ahnung, so, wer ist euer, wie alt ist, der älteste Member oder sowas, und die Fragen können auch gerne zu mir gerichtet sein, keine Ahnung, irgendwas, ob es jetzt halt, es müssen keine Zockerfragen sein, es können egal welche Fragen sein, stellt die auf jeden Fall allen in die Kommentare, also in die Kommentare, ich werde mir die alle raussuchen, die ich beantworten werde in dem Video. und mal schauen, wann das erste FAQ-Video kommt. Auf jeden Fall, das Video ist jetzt auch schon zu Ende, ich habe hier die 90-Sekunden-Camp erreicht, finde ich auf jeden Fall wohl ein einigermaßen gutes Gameplay. Ja, auf jeden Fall, das war es von mir, ich sage ciao und bis zum nächsten Mal, haut rein!